So, es gibt mal wieder ein kleines Unboxing, da ich über die Feiertage mich ja ziemlich hängen lassen. Na komm. Na, ist da los. Oh, scheißegal. Zack. Oh ja. Mal gucken, was wir hier schönes haben. Oh ja. Was wunderschönes. Hier. Stand unter Zombie-Karaffe drin. Zombie-Hat. Whatever. Ist auf jeden Fall... Wunderschönes Teil. Und echt komplex verpackt. Okay, man muss es so rausziehen. Ich hab einen Zähler gemacht. Es ist eine 600ml Karaffe. Ich hab schon die große Version davon. Ich musste mir diese auch noch kaufen, weil die echt, echt cool aussieht. Komm raus. Hier haben wir nochmal den Stopfen oben. Sie ist aus... Hier unten ist sie aus Glas. Das hier oben ist Plastik. Totenkopf. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. So. Jetzt habt ihr das Ding gesehen. Ist ein schönes Teil. Hier mit... Sieht aus wie ein Gehirn. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Bis denn dann. Zuid. Tschau. Vielen Dank.